Musik Denke ich an Europa, dann denke ich einfach an ein friedliches Miteinander unter verschiedensten Nationen. Europa steht für mich einfach für viele Sachen, darunter fallen einfach viele verschiedene Freiheiten, so wie die Reisefreiheit, die Meinungsfreiheit, ja auch durch den Sport. Ja, reise ich auch selber sehr viel, auch durch Europa und lerne verschiedene Nationen kennen, aber es sind meistens immer die gleichen Werte vertreten, sowohl auf der kulturellen Ebene als auch was verschiedene Sachen angeht und es ist für mich jedes Mal aufs Neue ein tolles Erlebnis, ja einfach verschiedene Länder kennenzulernen und einfach zu sehen, wie die Menschen dort leben, aber auch irgendwie ist immer dieses Verbundenheitsgefühl unter Europäern einfach da und ja, ich denke, dafür steht Europa und ich bin froh, Europäer zu sein und auch auf internationaler Ebene den Kontinent Europa vertreten zu können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020